Der Vipera Egal. Nennen wir es Schrödingers Fahrzeug und sehen wir es uns an. Das Fahrzeug rollt. Oder, genauer gesagt, es bewegt sich ohne eine. Mit einem Leistungsgewicht von 11,7 PS pro Tonne schafft dieser 50 Tonnen Italiener 30 Kilometer pro Stunde. Das ist schnell genug, um bis zum Gefechtsbeginn die Flanke für schwere Panzer zu erreichen. Auf kleineren Karten erreicht er vielleicht sogar die entfernte Flanke, wie die Burg in Himmelsdorf. Oder die Stadt in Lakeville. Oder die Bahngleise in Lifeoaks. Ihr kommt natürlich eher spät ins Gefecht. Aber genau dann, wenn es richtig losgeht. Aber es ist wichtig, nicht anzuhalten. Denn die Vipera würde sich zu gerne für zusätzliche Tarnung in jeden Busch auf ihrem Weg einrollen. Und wenn ihr das zulasst, seid bereit. Das war ein Schuppen. Das war ein Verbündeter. Und das, der einzige Mensch im ganzen Spiel. Ein Blick auf die Werte zeigt, dass die Vipera gerne bei den Sturmtruppen sein würde. Ihr wisst schon, weit entfernte Galaxis vor langer Zeit. Streuung 0,44, Zielerfassung 3 Sekunden. Mit solchen Werten trifft man den Gegner vielleicht aber eher keine Schwachstellen. Also, ihr könnt in den Büschen stehen, aber ihr helft dort niemandem. Und ihr verschwendet eure gute Panzerung. Oh ja, Panzerung. 300 mm am Turm, 270 mm hier und 270 mm da. Das ist ein echter italienischer Monolith, sogar ohne Kommandantenkuppel. Die Panzerung ist am unteren Teil der Unterwanne am schwächsten. Ganz weit unten, fast am Boden. Und an der Schräge, auf dem Dach. Selbst auf kurzer Entfernung sind diese Stellen schwer zu treffen. Auf langer Distanz ist es fast unmöglich. Und die Panzerung kann Standardgranaten gleichstufiger Fahrzeuge gut wegstecken. Und doch gibt die Panzerung der Vipera Rätsel auf. Panzer höherer Stufen kommen mit Standardgranaten durch die obere Frontplatte. Mit Spezialgranaten kann eventuell auch der Turm durchgeschlagen werden. Es ist schwer, selbstbewusst Granaten abzuwehren, wenn man am unteren Ende der Liste steht. Aber es ist möglich, wenn ihr nur kreativ denkt. Nutzt beispielsweise das Gelände. Das Fahrzeug besitzt ausgezeichnete Minus-10-Grad-Geschützneigung. Ihr braucht nur einen kleinen Hügel oder einen Schutthaufen. Selbst Spezialgranaten helfen eurem Gegner dann nicht mehr. Und denkt daran, dass der Turm sich drehen kann. Das sieht so aus. Skeptiker werden sagen, das ist nur Photoshop. Aber nein, er dreht sich wirklich 90 Grad. 45 Grad zu jeder Seite. Also müsst ihr folgendes tun. Dreht den Turm so weit zur Seite wie möglich. Kommt hinter der Ecke hervor, wehrt die Granate des gefälligen Stufe-10-Panzers ab, feuert und rollt zurück in die Deckung. Äh, bringt dabei nichts durcheinander. Erst vorrücken, dann schießen. Um den Angriff möglichst glatt ablaufen zu lassen. Seid vorsichtig, nicht zu weit vorzusetzen, um eure Fronträder nicht preiszugeben. Selbst Stufe-7-Fahrzeuge können euch dort durchschlagen. Versucht nur die Front zu zeigen. Geht keine Risiken mit den Seiten ein. Die kleinen Schrägen der Panzerung verhindern, dass ihr Granaten effektiv ablenkt. Für Gegner der Stufen 9 und 10 braucht ihr also gewisse Geometriekenntnisse. Die Vipera kann aber Treffen von Panzern bis Stufe 8 mühelos standhalten. Und beim Schießen wird es erst richtig interessant. Dem Namen nach hat die Vipera einen Selbstlader. Er feuert 5 Granaten mit 400 SP-Schaden je Schuss. Das Magazin braucht 36 Sekunden zum Nachladen. Die Nachladezeit zwischen Schüssen beträgt... Sechs Sekunden. Ja, nicht wirklich ein typischer Selbstlader. Deswegen solltet ihr nicht nur feuern, sondern auch denken wie ein zyklischer Panzer. Ein guter zyklischer Panzer. Nein, ein hervorragender zyklischer Panzer. Probieren wir es mal aus, dann könnt ihr selbst sehen. Ein normales, klassisches Duell. Suchen wir einige Gegner mit ähnlichem Schaden je Schuss und hervorragendem Schaden pro Minute. Alles ist vom ersten Schuss an klar. Natürlich haben eigene Gegner uns Probleme bereitet, aber wir haben alle besiegt. Und wenn ihr die Vipera mit verbesserter Härtung ausstattet, könnt ihr die meisten Gegner angehen. Auch wenn sie für maximalen Schaden optimiert sind. Ihr müsst nur mit jedem Schuss durchschlagen. Der Gegner hat keine Chance. Alles dank unseres tollen italienischen Selbstladers. Er teilt bis zu 2000 SP Schaden in 24 Sekunden aus. Nichts kann ihm im Weg stehen. Weder Betäubung durch Artillerie, noch ein beschädigtes Munitionslager oder ein verletztes Besatzungsmitglied. Er braucht immer 6 Sekunden zwischen zwei Schüssen. Also ist jeder Stufe-8-Panzer ein potenzieller Abschuss für eure Gefechtsergebnisse. Selbst in normalen Gefechten, in denen Gegner sich in Deckung begeben und vor eurem quasi-Selbstlader verstecken, spielt sich das Fahrzeug angenehm und bietet dieselben Vorteile. Ihr feuert mehrere Warnschüsse ab. Die Gegner ziehen sich zurück. Ihr könnt das Magazin auffüllen und nach dem Laden vorrücken. 36 Sekunden reichen, um eine Taktik zu überlegen, die Position zu wechseln und das volle Potenzial auszuschöpfen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Vipera mit Zubehör auszustatten. Die allgemeine Option sind verbesserte Zielführung, verbesserte Lüftung und verbesserte Härtung. Wenn ihr es lieber schneller mögt, nutzt den Turbolader statt der verbesserten Zielführung. Und wenn ihr die präziseste Vipera des Wilden Westens haben wollt, nehmt verbesserte Zielführung, verbesserte Lüftung und den verbesserten Waffenrichtantrieb. Und es ist immer gut, zwei Zubehörsätze zur Auswahl zu haben. Da kommt die Feldaufrüstung ins Spiel. Ein Bonus auf Stabilisierung oder Parallaxenanpassung für mehr Genauigkeit helfen euch auch weiter. Die Vipera ist ein widersprüchliches Fahrzeug. Sie hat nicht viel Dynamik, aber es reicht aus. Sie hat hervorragende Panzerung mit einigen Einschränkungen. Und schließlich hat sie diesen seltsamen, aber effektiven Selbstlader, der gar nicht wie ein Selbstlader scheint. Aber selbst mit diesen Zwiespälten ist eine Sache ganz klar. Die Vipera ist ein ungewöhnliches Fahrzeug für eine besondere Erfahrung. Und wenn euch das gefällt, dann passt dieser neue italienische Panzer zu euch.